Ich... Piep, 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 piep. Sagt über den Charakter gar nichts aus. Die Doren waren mit, mein Gott. Alter, Saar. Jo, der Saar weggeflogen. Es war schön überschlagen. Einmal richtig aus dem Leben genommen. Weg mit den Reifen, oh Gott. Alter, Jad, ey. Hui, hui. Alter, da ist ja ein Erdhaufen. Ja, den hab ich halt auch irgendwann mal gesehen. Den hab ich auch gemerkt. Gott, den waren wir nur im Moment. Ja, Eber hat den auch gemerkt, deswegen hab ich ihn nicht gemerkt. Ja, ja, ich bin drüber gefloert. Ich bin drüber gefloert, ey. Ja, ich hab nur so seitlich gestriffen. Ich war auf einmal auch schon ein bisschen schräg. Und der Bus fliegt erst mal über die Betonmauer hier. Ich hab wieder auf eine Strecke, Mann. Ey, da ist Schrapneli. Weg damit. Ist das ein Name wirklich aus irgendeiner Community? Oder ist das ein echter Name? Keine Ahnung. Dem muss ich einfach bei Tiff suchen. Aber wenn ich den Namen wirklich umbenennen kann, nehmen sie wirklich Schrapneli. Das sind so richtige Schrapneli. Mach da echt auf live. Wo fliegst du denn? Alter. Oh Gott. Hey. Oh mein Gott, was ist geschehen? Oh Gott. Fahrerier, verpiss dich. Weg mit dem Bot. Alter, die schulden mich grad voll in den Wald rein. Alles klar. Tschüss. Hab dich grad überholt. Ja. Gleich nicht mehr. Bist du dir da sicher? Ja. Schrapneli erstmal schön raus. Tschüss. Über den Erdhaufen. Ich hab's gesehen. Ich hab nur noch den Arsch gesehen. Die ist aber wieder auf der Strecke. Jetzt hat sie wieder auf den Busch rein. Wow. Das war's schon? Ach, waren nur drei Runden. Waren nur drei Runden. Nein, 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 nein. Ach, der Booster wollte mich noch überholen. Ja, ich hab mit mehr Runden gerechnet. Oh Gott. Was für zurücksetzen. Na immerhin Top 3. Siehst du? Karma ist das. Karma. Boah, was ist denn mit dir los? Bitch fight. So, ich verspann mal den Welcheraufgang. Wie geht's euch denn? Ja, ganz gut. Tschüss. Wir wollen den Spaß des Lebens. Jedes Mal will ich deinen Namen sehen. Ich denke, ich hat Falkos Lied. Er liegt auch leise. Er liegt da rum. Er kam übers Ziel. Ja. Mal hin. Wie war denn das normal? Autos zerstören, glaube ich, oder? Autos zerstören mit OE. Genau. Nicht mit Ö, sondern OE. Und alles klein. Alles klein geschrieben. Mein Auto ist einfach nicht losgefahren. Also die waren auf alle Fälle sehr kreativ beim Passwortvergeben. Ja, bereits pizza. Vor allem hätt's auch nicht noch länger sein können. Was denn? Wenn ich das einfach eingegeben hab, irgendwas muss ich annehmen. Guten Tag. Hallo. Weil ich kann das Server im Lauf anhalten, das Passwort ändern und... Ich schieb dich mit, Muppi. Ich glaube, du musst dafür nicht mal anhalten, sondern du kannst es halt irgendwas machen. Serverbeziehung. Aber ich will permanent haben mich, dann muss ich schon neu starten. Ach so, das könnte möglich sein. Alter, fahr doch mal hier vorne. Ansonsten machen wir das nächste Mal mal eine Teilenkombination. 1-3-3-7. Jetzt haben sie meinen Kofferraum aufgemacht. Reifen. Was war drin? Hühnchen, eine Pizza. Reisbücher. Voll. Ja, fahrt mal eine. Wir rum ab. Tschüss. Viel zu spät, der Brems. Proto beschädigt. Ah. Oh Gott. Hallo. Ja, das ist ein guter Mensch. Das ist klasse. Ui, was geht denn hier? Ich liege. I believe I can fly. Aua. Ich ja schon. Ich bin jetzt auch da. Ich bin letztendlich gerade gescheunt. So. Das war ja mal gar nicht. Ich strifte hier einfach nur noch rum. Alla Wendem ist das ein scheiß Ding. Ja, ja auch gerade, vor allem in dieser langgezogenen Kurve bin ich sehr viel am übersteuern. Aber kontrolliert das übersteuern halt so. Vierte Gang aber immer noch, weißt du. Wow. Vierte Gang wird um die Kurve erheizt und das Heck geht trotzdem noch rum. Aua. Wer bumst mich da an? Ach, schraubt Nelly schon wieder. Tschüss dich. Nelly. Wer wird keiner gleich Palatschüssel da? Die geht voll ab? Ja. Also merken, wenn ich dann nächstes Mal die Box kicke, schraubt Nelly, bleib drin. Ja, bitte. Ich habe damals ziemlich aktiv mal LFS gespielt, also Live4Speed und da gab es auch so eine kleine Pissflitsche. Einmal in der normalen Version und einmal in der GTR Version. Ja, ist doch eine Pissflitsche. Den Ausdruck kenne ich aber auch. Willst du nur das Ding sonst beschreiben? Schraub Nelly. Ach, Schraub Nelly. Genau. Aber heute sind Muppi hier. Ach nee. Ach, dann hält der Schraubi da. Ach, ich weiß. Aber die Axt steht noch. Immerhin. Also ich habe Muppi noch nicht überrundet, also von daher ist er gar nicht so schlecht. Jetzt kriegst 86. Komm mit da. Schraub Nelly hat gewonnen. Jetzt kippt der die. Schönen guten Abend, frische Medaillin. Einen wunderschönen guten Abend. Ich würde ja fragen, ob du mitspielen willst, aber du wirst das Spiel nicht haben. Nein. Nein. Stopp. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich habe ein Muppi überholt. Ich schaffe jetzt die Axt hinter dir. Ja, mach ruhig. Ich habe mir eine Säge geblattet auf dem Kopf. Oh, 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 oh. Mit der Sonnenbrille. Ey, das ist doch ein kleines Mann. Das ist die Mord einfach mit der Sonnenbrille. Er sitzt ein bisschen schief, aber ist okay. Schön. Ich ziehe trotzdem, wenn du lösst. Ach, das war schon alles, Mensch. Mal gucken. So schön. Blatis mit Putin. Ach, das ist lustig. Weg da. Ja, ihr macht das schon, ne? Ey, geh weg. Hab dich gesehen. Nelly. Mit der Schrappnelle. Ey. Immer noch die kleine Pissflitsche. Ooster. Weg da mit dir, du Wolf. Oh, direkt demoliert. Den hast du demoliert? Hast du Schrappnelle? Nee. Nee, aber die hat nicht so mehr viel. Ah, die ist schon. Nein, die kommt doch gleich wieder. Die Schrappnelle. Die kommt ja wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist ja mit Riespawn wieder. Das ist ja kein Last Man Standing. Muppi, oh Gott. Ach, Mann, nur 10. Ich hab mir fast die Schrappnelle erwischt. Ich weiß mal, die reichen hier mit. Nimm nur für Andi. B, B, B. Dieser Wiefer ist fast tot. Hyper, hyper. Hype Train? Boah, hier gibt's kein Hype Train. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Äh, beide kein Abo-Knopf. Nein, oh. Och. Ich mache ja auch Schrappen hier, wie. Ach, mir hängt irgendwas Gelbes an der Stuhlstange. Auf, Verunfall. Ach, mir, ich bin ja einfach voll krass. Nee, nicht doch mal. Nein. Boah, wie der das ausnutzt. Ich konnte nicht mehr bremsen. Booster. Booster. Alter, ich bin ja. Steve. Steve, 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 Steve. Ellen, Ellen, Ellen. Ellen, das ist gar nicht Steve, das ist Ellen. Ellen, Ellen, Ellen. Nein, ich will mich nicht zurücksetzen. Pa. Oh, das ist so dumm. Cyrus. Komm, Dennis. Mach jetzt weiter. Wow, ich wollte einen von euch rammen, Alter. Oh, das fangt auseinander. Bam. Alter, jetzt kommt es raus. Jawoll, jawoll. Da habe ich ihn manchmal vorne hart drangenommen. Oh, Daniel. Oh, Muppi. Ja, ich konnte nicht mehr treten. Weg, da, Stief. Stief. Ach, wo, da wird Daniel. Stiefen. Muppi. Scheiße. Da ist das auch, wer fast down. Cyprus. Ich bin's nicht. Wow. Du bist aufgebotzt. Einfach durchgegraben. Ich bin aufgebotzt. Wie ist immer hier aufmuppen? Ja. Aufmuppen. Die Muppi. Aufmuppen. Aufmuppen. Ich stehe. Hui. Und rein die Zuschauer. Mäbi ist tot. Ich mache Reifwechsel. Bam. Schrauben. Oh, Schrauben. Nelly ist tot. Und ab. Aua. Schweinepriester. Da habe ich die auch schon erwischt. Der hat mir ein paar 17 abgezogen. Ach. Oh Gott, leise. Alter, alter, alter. Geht's, oder? Ich komme. Nein. Aus dem Leben geschossen. Aber echt. Ich mag die Ecke. Mäbi erwischt. Bam. Auf die Muppi. Guck mal, hier, der Busse hat auch nicht mehr viel. Daniel auch nicht. Bam. Erstmal leise eine mitgegeben. Oh Gott, oh Gott, ich bin auch gleich. Ja, Jema. Schön. Andi. Damit. Geh weg. Ja, Jema. Oh Gott, du bist denn in die Wand gefahren. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Du bist echt gut. Ja, ich bin jetzt auch das erste Mal. Ja, der molliert. Ich habe einen demoliert mit einem Schach. Ich bin tot. Wow. Oh, da geht's. Oh Gott, maybe dreht sich ja mal rum. Maybe dreht sich ja erstmal wie so. Ja, und ist tot. Eui, Muppi ist live. Äh, low. Muppi ist live. Wo ist da? Scheiße. Leute, einen schönen Insekram. Oh Gott. Wie geht's mitlegen? Bam. Bam. Schrapp, ne, ne. Och, nö. Du wurdest demoliert. Und stimuliert. Wohlstimuliert. Oh nein, da haben die. Ey, du wurdest stimuliert. Hui. Oh, nee, ne, ne. Ich bin mit. Stieg. Ah. Stief. 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 So lieb. Oh Gott, leck. Leck, leck, leck. Komm hier nicht weg. Nein. Auch den Bausimulator zu starten, leck bei mir. Hallo, Jan. Hi, na, auf ihr Booster. Bam. Imolier Hilfe, danke dir. Ja, das war bestimmt Cyrus gerade am Mobil. Das kann man sein. Ja, dann stell mich da mal richtig hin. Ja, wollen wir gerade machen, aber du bist weggegangen. Bist du Daniel, pisst dich, pisst dich. Wir waren die Wand entlang. Alter, demolier Hilfe. Jetzt. Schrauben, Nelly. Oh. Hui. Ich hab' dir gesehen hier. Ach Gott, zusammenstoß. Ja, mein Gott. Demoliert. Ich hänge. Kann mal jemand schubsen? Au. Ja, 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 danke schön. Gibt's hier jemand, der halt gut ist? Ja. Scheiße. Na, warum fehlt dein Heck? Oh Gott. Ach, verdammt. Fliege aber über die zwei. Die ist bei mir hier. Aber nicht mehr lang. Ich hab's immer festgehalten. Nein, danke. Daniel. Demoliert. Demolierhilfe, hey. Ja, wegen mir wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Wenn du mal liegst, dann liegst du. Ich hab' Nelly demoliert. Ich hab' Nelly demoliert. Ich hab' Nelly demoliert. Geschwindigkeit zu hoch. Ach, ich bin doch. Nee. Das Schlimme ist, wenn du gerade am respawn bist, dich bummst deine Hand und dann kommt wieder die Fehlermeldung. Du bist zu schnell und du musst von vorne beginnen. Bist du still? Oh, Daniel. Hast du ein Schwein gerade gehabt? Jetzt, was fliegt? Oh Gott, und? Ja, tschüss. Oh, ich bin erstmal... Ich war... Oh, huch. Erstmal aus dem Mikros. Was fliegt, Schropp, Nelly? Du wurdest demoliert. Nein. Oh. Ich war's. Bedauerlich. Ich war's. Kein Stolz. Ich wurde voll kacke gespawnt. Maybe, maybe, maybe ist tot. Maybe I'm a Dreamer. Nein, du bist ein Streamer. Maybe I'm a Streamer. Wissen wir mal, das wär'n guter Streamtitel. Maybe I'm a Streamer. Cheap. Oh, wie schockt. Evoliert. Sieht's denn bei mir aus? Ach, ganz gut, ne? Ein paar leichte Schrauben reden. Hi. Einfach uns durchgegraben. Ich war mal mit dir weg, ne? Ja, also du bist eh gleich tot. Ja, jetzt richtig. Ach, den hat er ja schon. Ja, demoliert. Aber ich spaw ihn ja wieder, von daher ist die so schlimm. Das ist gut, ja gut, ich bin auch gleich tot. Also ich hab noch 24 HP. Ach, Schrauben, Nelly ist schon wieder tot. Nein, 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 nein. Zack. Danke, Daniel. Alles klar, danke. Ja, danke schön. Oh Gott, 3 HP habe ich noch. Ich hab 100. Sehr schön. Leising, das ist auch los. Ja, 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 ja. Was ist das da? Was? Was? Ein Schaden hab ich bekommen. Ein Schaden. Äh, was? Ja. Booster einfach aus dem Leben, Gökig. Oh, wendet. Oh, ich hab 2.000. Das ist jetzt gar nicht so viel ich hab. Wie weit geflogen, ja, 6. Position 5, ich hab 9 emuliert. Oh, Alter. 10, 1. 10, 4. Oh, da bist du, du blödes Viech. Alter, gib das. Oh, da bist du, du blödes Viech. 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 Oh, da bist du, du blödes Viech.